Hallo, ich begrüße euch an diesem wunderschönen Wetter, zumindest bei mir, eine weitere Runde Battlefield Bad Company 2 auf der Map, Erika Harbour diesmal, ich wieder als Sturmsoldat, aber mit einer anderen Waffe, mit der F2000 und Zero mit, als Sanitäter wieder mit was? Ich weiß es nicht. Von C4 platt gemacht? Ja, ich weiß. Nein, ich bin hier in My Medic und mit der Waffe, Moment, mit der XM8LMG. Okay, und ich habe gerade ziemliche Angst, weil ich nicht weiß, wo der Typ hier ist, der dich in die Luft gesprengt hat. Wo war der denn? Ja, C4, keine Ahnung, in diesem Haus auf jeden Fall. Wenn da das C4 hochgegangen ist, also. Das war mein Epic Fail gerade. Ja, ich habe auf jeden Fall einen Kill gemacht, also, und dann wurde ich vom C4 platt gemacht. Achso. Also, es gab es eine richtig nette Explosion, würde ich mal sagen. Ja, ich höre jemanden, ich höre jemanden, der ist oben, glaube ich. Ich glaube, der ist oben. Warte mal. Der muss oben sein. Da, da, ah, boah, sind da viele. Na, da kannst du mal sehen. Junge, also. Ey, das war, das war geil, ich gucke einfach so, ein Sniper kommt da unten geflogen, ach, der Knight räumt da oben auf. Also, den Part laden wir hoch, egal, wie viele Fans ich habe. Ich laufe hoch, kille zwei, der eine hat mich fast und da messe ich den noch. Also, der Part gefällt mir. Da hinten steht jemand. Ja, dann schieß drauf. Das ist ein Sniper, pass auf. Ich habe einen gekillt. In einem anderen Haus ist jemand, glaube ich. Ja, dann schieß drauf. Der geht um aufs Dach. Was, ich soll aufs Dach, okay. Ne, ne, nein, der ist aufs Dach gegangen, ein Andy, den habe ich getötet jetzt. Also, der Part verläuft schon mal richtig klasse. Der beste, den wir bis jetzt hatten, würde ich sagen. Ah, da ist irgendwann einer. Okay, ich mache falsche Motto weg. Aber ich kann den, ich treffe den leider nicht. Ich versuche, mich hier zu holen. Da ist ein Sniper. Hab ihn. Jetzt hoffe ich, dass keiner hierher kommt noch. Kommst du wieder in mein Haus rein? Ja, kann ich ja mal machen. Am besten, weil... Oh, da ist ein Panzer. Verdammt. Aber dieser Andy wollte mich schon wieder töten, aber ich habe ihn erwischt. Wo ist der Panzer? Na, keine Ahnung. Da ist er. Ich mag ihn mal. Okay, mach das. Oder auch nicht. Weil ich echt tot bin. Zero, komm hoch. Ja, wie denn? Der hat eine Granate hochgeworfen. Ah, ich bin zu Glück runtergesprungen. Zero, wir werden jetzt ziemlich... Da ist er. Hab ihn. Hast du ihn? Gut. Okay, komm, sollt ihr mal in den Panzer? Oder... Da ist er. Ja, da ist keiner mehr drin. Ich weiß. Der ist ja niemand mehr drin. Aber sollen wir mal rein, oder? Mir ja egal, wenn du drauf spielst. Keine Ahnung, wenn du Lust hast. Da kommt jemand runtergesprungen. Da kommt gerade der Gegend auf den Panzer. Hab ihn. Ist er ein Panzer? Nein. Achso, gut. Hauptsache, wir machen die alleine. Hab ihn noch einen. Hauptsache, wir machen die hier alleine platt. Ja, ey, wir sind zwei Leute und die sind drei. Die waren erst vier. Aber einer hat den Server anscheinend verlassen. Hast du den? Ja, ja. Alter, die sind... Alleine der erste Kill, das war so geil bei mir. Die kommen irgendwie gar nicht klar so wirklich, oder? Hab ich das Gefühl. Also es geht, die hatten mich schon fast eben mal kurz... Hallo, ich war oben, killt zwei Leute. Der... Ich hätte eigentlich die Waffe wechseln können, aber der hätte mich schon erwischt. Das war ein Lucky Master Kill. Ich war einfach nur eine Sekunde schneller. Also, musst du dir mal anschauen. War richtig geil. Wow, da kommen zwei. Jau, jetzt bin ich tot. Aber ich konnte noch einen mitreißen. Hab einen gekillt. Gut, danke. Jo, thanks. Ich reanimiere dich. Also, das ist schon mal das beste Teamwork, was wir bis jetzt hatten, muss ich sagen. Oder? Ja, ja, wir hatten schon einige. Ja, wir hatten gestern... Wow, hier ist jemand. Na, gegenseitig ausgeschlossen. Ja, ja, ich reanimiere dich. Träge ich Punkte. Wir hatten gestern ein paar Fails auf dieser Runde, aber wir müssen sagen, das läuft jetzt... Nein, da hat jemand gerade einen Panzerfaust, Granatenwerfer. Ich weiß es. Und wir Granatenwerfer. Boah, ey, wie oft wirft der denn? Keine Ahnung, wenn der Granatenpack hat, dann kann der das mehrmals. Der ist in Haus. Mit noch einen anscheinend. Ja? Ja, die kommen alle her. In das Haus, wo ich bin? Ja, würde ich sagen. Warte kurz, Zero. Kommen die? Kill die mir nicht alle. Ja, die kommen gleich. Da unten ist auch noch jemand. Da kommt einer. Einer ist oben. Hab ihn schon angefragt. Gut. Kommt nicht, kommt glaube ich... Es kommt noch einer hoch. Ich weiß, der ist... Keine Ahnung, wo der ist. Ich sehe die Schritte. Hast du bei mir respawned? Da unten ist, war der. Also, okay. Hasten? Haben gekillt. Und den ebenfalls. Gut. Danke. Also, du brauchst das selber, ne? Was? Das Medipack. Äh, pff. Kannst du auch nehmen? Ne, ich dachte, du hättest das mir gegeben, aber du hattest ja selber so wenig Leben. Da kommt, glaube ich, eh noch einer hoch. Bin mir nicht sicher. Ich gehe mal aufs Dach kurz. Hier willst anscheinend auch einer mit dem Granatenwerfer rum. Da unten ist er. Da unten kommt er. Die kommen wieder rein ins Haus. Ah, ich habe den leicht angefragt. Von wo? Bist du tot? Ja. Von den Eisenhauer da. Mal gucken. Wo sind die? Der ist im Haus. Beide sind im Haus. Den einen habe ich. Ah, ich bin respawned und leicht tot. Ah, verdammt. Ich dachte, der eine, den hast du gekillt. Deswegen habe ich den ignoriert. Ja, ich wurde gespawnt und ein leicht tot. Ja, ich habe zwei gekillt und der letzte hat mich dann erwischt. Naja, egal. Oh, wir wurden ganz unten respawned. Am Arsch der Welt. Wo bist du eigentlich gespawnt? Achso, hast du dich nicht mehr respawned? Nö, ich wollte eigentlich einen zufälligen Einstiegspunkt. Habe ich auch gemacht. Achso, ja, dann ist das ein bisschen scheiße. Na, egal. Wir gehen wieder gemeinsam nach vorne. Ja, ich bin in der Nähe, wo die ganzen Feinde waren. Das ist beruhigt mich sehr. Ja, der eine, der ist auf dem Hausdach. Das weiß ich. Der hat sich da hinpostiert. Da ist er schon. Die sind alle beim Haus gewesen. So nebenbei. Da ist er. Habe ihn markiert. Ja, ich weiß. Den wollte ich töten. Habe ihn ausgeschaltet. Ach, er ist hier rum. Besser du killst ihn als der killt uns. Trotzdem Frack-Tipp. Ich habe einen Frack gemacht. Da, Panzer. Haben markiert. Gut. Und ich habe einen gekillt. Weil der Panzer kommt. Boah, ich habe keinen Bock auf dem Panzer. Ne, aber ich glaube, der trifft uns auch nicht. Ich versuche auch gerade wegzurennen von dem Panzer. Keinen Bock mit dem Bekanntschaft zu machen. Ja, als Sanitäter. Ich weiß ja nicht, ob du da eine Chance hast. Lass mal in das Haus gehen. Das ist nicht so stark demoliert. Ja, ich bin auf dem Weg. Gut. Toll, die flüchten sich jetzt alle in den Panzer. Weil sie dann meinen, äh, Kills zu machen. Ich finde es schon ein bisschen Nubis. Zwei gegen drei und dann noch Panzer. Ja. Ja, die wollen natürlich jetzt alle, äh, die Kills schön absahen, ne? Weil wir einfach zu gut für die sind. Was, ja. Ich kill zwei, hatte gedacht, du killst den anderen und deswegen habe ich den ignoriert. Oder halt nicht so. Ja, ist klar. Aber war ja nicht schlimm. Ich hatte den ja auch. Wo ist es denn? Ach, da unten. Oh, scheiße. Also, ich sehe noch gar keinen. Ich schreibe jetzt mal was. Äh. Was denn? Jetzt geht Mr. Nightmare in Angriff. Nö. Ob das jetzt ein richtiges Englisch ist, weiß ich nicht, aber... Da vorne, ich habe einen markiert. Wo? Da vorne, da. Da ist auch einer. Ja, überall sind die. Ach, die trauen sich bestimmt. Ich glaube, da ist auch einer. Oh, die sind hier überall. Ach, da ist jemand. Ich sehe die alle, aber die sind dann immer hinter den Häuserwänden. Oh, jetzt schießt er hoch. Ich habe leider keinen Granatwerfer. Ich habe nur diesen Nahkampfgranatwerfer. Und da ist jemand. Ich habe ihn nur leicht angefreckt. Jo, jo. Boah, ich denke, die ganze Zeit, da kommt gleich einer hoch eingeschossen. Wow, Granatwerfer, der mich fast erwischt hat. Alter Schwede. Boah. Das war fies. Also, ich gehe nach oben. Nach oben? Ja, wegen... Ja, ist halt so. Ich wette, wir sind echt tot, wegen meiner Idee. Pass auf. Ich gehe mal mit an die... Ich gehe mal nach hier vorne an die Front. Ach, da ist er. Ich sehe ihn. Ja, habe ihn auch. Haben. Schade. Kein Frag-Dieb. Kommt, das auch genug Kills? Aber hier ist noch ein Sniper, das weiß ich auch irgendwo. Ja, Squad-Munition. Oder die kommen von hier. Ich werfe einfach mal eine Granate runter. Ja, guck, da ist jemand. Hinter uns. Ja, was? Guck mal, da. Wie sind der nach da gekommen? Ach da, scheiße. Da ist ja auch noch so eine Leitung. Ja. Das war so ein... Ja, durch den. Ich gehe dann jetzt. Hilfe. Gott. Ich glaube, die wollten uns messern, ne? Oder der. Ach, was. Keine Ahnung. Aber wieso hat er uns nicht gekillt? Da ist einer drüben unten. Ach so. Ach so, einer ist bei uns gejoint. Ja. Können wir mal sehen. Ja. Oh, oh, oh. Wir werden beschossen von irgendwann. Ja, von da hinten. Von der Seite. Warte. Ach, da auf dem Dach war der. Ja, ist auf dem Dach. Doch, da war auf jeden Fall einer auf dem Dach. Der ist schon tot. Der hat den Ding jetzt ausgeschaltet. Ja. Hinter euch. Pass auf. Ja, ich habe noch Dinge, Peter. Ich habe einen Bronzenstern mit der F2000. Nice. Boah, ein Glück. Der hat den anderen aber noch mitgerissen, ne? Ja, wegen... Ich habe mich um den Sniper da gekümmert. Oder irgendeinen. Ach, Zero. Hey. Oder bist du... Ja, ich will lieber zu dir, als du den da vorne da... Ja, stimmt. Alle auf einem Hausrissdorf. Aber hey, okay, guck mal. Ach, Herr. Die sind... Die waren eben mehrere als wir und haben es nicht gebacken bekommen. Tja, kannst du mal sehen. Warte. Hab ihn. Das sind gut. Jo, jo. War ein Sniper. Jo, ich weiß. Nein! Jetzt bin ich mit dem Fall. Tja. Der hat mein Fallschirm... Was hat das denn gerade? Dein Fallschirm hängen? Wow, ein Sniper ist hier irgendwo. Jo, jo. Der Sniper habe ich schon zweimal geküht oder so. Jetzt versucht er es von der Ferne. Hm, klar. Okay, wir sind auch ein leichtes Ziel auf dem... Ja, das war alles meine Idee, sag doch. Ich habe die brillanten Ideen. Toll, aber wieso? Wir haben es hinbekommen. Es war ja nicht irgendwie... Ja, schon. Da hinten ist jemand. Ich sehe ihn. Jetzt ist unser Squad voll, ne? Haben. Wow. Ist mal richtig lustig. Obwohl, ne? Wenn ich denke, gestern die Failrun, wie gut die waren und hier... Aber okay, es sind ja auch nur zwei Squads, ne? Ich meine, es sind ja nicht viele. Es sind ja auch andere Spieler, hallo. Ja, das und anderes Quads halt. Also viel weniger Spieler. Äh, wo bist du eigentlich wieder? Ach, da vorne. Ich bin runtergesprungen. Ne, bleib ruhig. Nein, ich will zu dir. Wie süß. Ja. Ich brauch doch meine Punkte, wenn du mal stürzt. Und ich dachte, du machst das alles wegen mir. Ne. Immer in die... Ich gucke jetzt immer ein bisschen so in die... Ja. Hier ist immer noch ein Sniper. Ah, da hin, ich sehe ihn. Ich habe... Ach, da vorne die ganze Zeit. Oh, er hat mich getroffen. Ich bin weg. Bist du tot? Wow. Ne, ich bin weg. Er hat mich einmal getroffen. Das riskiere ich nicht noch einmal. Mich hat er auch getroffen. Da vorne ist auch noch einer gewesen. Konnte ich nicht markieren. Ach, der ist... Der ist feige. Ganz ehrlich, aber... Wir müssen den einen schon mal kurz haben. Wo ist denn der andere? Ja, da vorne. Ich bin runtergefallen. Ich glaube, ich... Keine Ahnung. Das ist jetzt feige. So mit Sniper irgendwo. Wollen wir ja nicht zu den mal rushen. Versuchen jedenfalls. Wir irgendwie von der Weite kriegen wir den auf jeden Fall nicht dran. Panzerfaust hat er den versucht erwischt. Ich guck mal, ob der da noch ist. Ich versuch mich mal fortzudrängen. Ach, verdammt. Weißt du was? Ich geh jetzt ganz dreist, glaube ich, in den Panzer und... Schieß da mal. Genau, macht das mal. Jo. Als du die Runde verläuft. Haben. Ich hab Eisenhower XXL. Hey, ich hab den, der da war. Ach so, okay. Mit dem Sniper? Ja, ja. Das war der Sniper. Ich hab den erwischt. Ach so, okay. Und ich hab nur noch sechs Munition mit der Waffe. Ich sollte mir einen Munitionspack mal geben. Und ich hab einen dicken, fetten Sniper-Schuss bekommen, weil ich... Die kommen von oben. Sind die jetzt. Ja, ich bin schon da. Ich bin das erste Mal wieder gestorben. Nein, nicht wieder weg. Was machst du denn? Nein, nein, ich brauch Punkte. Ich hab ne Zero, aber das ist trotzdem nicht tattisch. Ach, da ist der gewesen. Danke, dass du es mir sagst. Ja, ich konnte ja noch nicht Munition sammeln. Und da oben sind die. Ach, da oben auf dem Dach? Da oben. So, den hab ich jetzt erwischt. Den Eisenhower wieder. Da oben sind sie aber nicht gewesen. Nein, nicht auf dem Dach. Die kamen vom Hügel runter und jetzt muss ich mich wiederbeleben sollen. Ach so. Was, wiederbeleben? Nicht wiederbeleben. Da. Ja, manchmal musst du doch aber auch kurz warten mal. Nein, Punkte. Wacht, hier ist, glaub ich, jemand. Bin mir nicht sicher. Äh. Warte, ich seh hier gar nix. Ja. Hier ist irgendein Sniper, den Pizza-Freak... Ah, hier ist jemand markiert worden. Mensch, das ist aber eine schöne Vierzimmerwohnung. War, ist so. Mann, Mann, Mann. Da vorne. Ja. Hasten? Nee, Hilfe bei Squadkill. Hab ich auch bekommen. Da ist noch jemand drin. Ja, hab ihn. Seh ihn, beziehungsweise. Ich hab ausgeschaltet. Ja, ja, ich hab den nicht getroffen. Also mit der Waffe zieht man auf jeden Fall genauer, die ich grad in der Hand habe. Ja, ich müsste eigentlich mal ein Visier dran machen, aber der war eh hinter dem Fels und nicht... Da ist dann wieder ein Sniper-Schuss gefallen bei mir. Ja, bei mir auch. Und ich bin echt tot, Mann. Quatsch. Hast du volles Leben. Ja, hab's grad aufgeladen. Squad-Nachschub. Ja, will auch Squad-Nachschub. Aber konkret kein... Von da hinten ist jemand, den im Haus... Ja, hier mal ein bisschen Leben. Ich brauch Squad-Nachschub. Hä? Oh, da ist jemand. Ja, ich hab den markiert. Der war neben dir irgendwie. Hast du ihn getötet? Ja, klar. Kommst du mit mir nach vorne? Hier ist nämlich jemand. Ja, klar. Ja, ich weiß auch, wieso du mit mir kommst. Reanimieren. Genau. Da hat sich einer respawned und noch ein anderer war da. Also das sind zwei... Ja, da sind welche. Die gucken durchs... Ja, weh, du klaust mich alle Kills. Ja, mach ich. Versuch ich jetzt grad. Den einen hast du. Und der andere ist von... Da ist er. Aua. Von wo? Ich weiß es nicht. Ich versuch jetzt den aus. Hä? Der war oben, aber er hat mich gekriegt zu killen. Hä? Was? Ich weiß es auch nicht grad. Das ist grad sehr komisch. Aber ich war eh schon fast am Arsch. Also von daher... Ach, da ist er. Uff. So. Ist auf jeden Fall noch ein Panzerfaust-Typ hier. Pionier. Typie. Wo denn? Das weiß ich. Von dem wurde ich anscheinend auch gekillt irgendwie. Ach, da ist noch jemand hier drüben. Ja. Boah. Von der Panzerfaust getroffen. Aber halt noch nicht tot. Ach, der lebt noch. Und dahin ist auch noch jemand. Ah, unser Team hat gewonnen. Cool. Yeah. Das war eine sehr gute Runde. Fand ich. Jo. Das war's er. Genau. Das war's er. Ja, mei. Das war's er. Das war's er. Okay. Und Schop, was hast du? 19 Kills, 7 Tote und 2,71 Quote. Ich hab 17 Kills, 6 Tote und hab 2,83. Okay. Ich hab'n Bronzestern bekommen, Bronzestern bekommen. Das ist ein bestes Squad. Ja, Leute. Das war die Runde. Diesmal nicht gar, noch nicht mal so lange. Ja, und dann geht's im nächsten Part weiter. Ich verabschiede mich. Ich auch. Bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye. Bis zum nächsten Part. Tschüss. 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 Tschüss.